Ich sehe einen Panzer. Wo siehst du einen Panzer? Ach, das ist aber geil. Komplette Tarnfarbe. Klingt recht zornig. Macht der irgendwie Sicherheitsdienst oder so? Wir gucken uns heute wieder zusammen eure Top 3 Zuschauerwerkzeuge an. Ihr habt fleißig uns Videos eingesandt von euren Lieblingen der Werkstatt. Und damit willkommen zur BAUFORM24 Werkzeugnews Ausgabe 114. Und dann nochmal der Hinweis da oben. Blenden wir gerade die Playlist mit allen Top 3 Zuschauerwerkzeugen ein. Wer also jetzt gerade in der schönen Winterzeit ein paar grusame Stunden mit Werkzeug verbringen will und das noch nicht kennt, der gönne sich die Playlist. Würde ich sagen, wir fangen direkt mal an mit dem Josef. Ich bin der Jakob aus dem Bayerischen Wald. Haben wir hier BAUFORM-Dialekt war. Und ich stelle Ihnen heute einmal meine Top 3 Werkzeuge vor. Der erste ist mein Heavy Duty von Milwaukee. Das gab noch ein wenig, weil er jetzt mit Powerbotex geschnitten hat auf dem Bau. Meiner Meinung nach die stärkste Handkreisung, die auf dem Markt ist. Und dann kommen wir auch gleich zum zweiten Werkzeug. Das ist mein Evocca Akkusrauber. Das ist der stärkste, den wir damals gebaut haben. Der ist schon über 10 Jahre alt. Und man sieht, der hat schon dezente Gebrauchsspuren dran. Oder mit einem Hammer noch. So eine Ziegelwende und so. Ist schon ganz praktisch das Drum. Dann haben wir da noch... Das hat auch S3 Spuren. Ich wollte gerade sagen. Alter, da musst du echt aufpassen. Man neigt ja dazu, mal ebenso in die Werkstatt zu gehen. Aber wenn dir was runterfällt, not good. Der Milwaukee Schlagschrauber. Der Zweigreste, den es meiner Meinung nach gibt. Und ja, den nehme ich aber her für Treppenstufen zum zusammenschrauben. Treppenstufen. Mit so einem Bit. Und dann so ein großes Schlachtschiff. Ist aber auch, haben wir es besser als brauchen. Man sieht es, ich habe jetzt einen Treppensparks drin. Natürlich habe ich auch ein Moppet. Das ist mein Sky Team Sky Max Pro. Mit 12 Zoll Radl. Großen Kennzeichen. Und habe einen 125 Kubikmotor. Dann habe ich da auch noch meinen. Das ist ein Fendt. Diese Fendt mit der Pritsche vorne. Finde ich voll geil. Ja, die haben sich aber nicht so durchgesetzt. Aber waren mal eine Zeit lang relativ populär. Kann man den jetzt auch noch anheben, bestimmt. Ja, klar. Ja, ja, kannst du anheben. Zur Seite oder nach vorne? Nur zur Seite eigentlich, ne? Ich glaube nur nach vorne. Aber da bin ich überfragt. Aber das war ja wirklich auch so gedacht, dass man sagt, okay, du kannst aber trotzdem das Ding wirklich noch auf dem Acker nutzen zum Pflügen. Ja, quasi ein Pickup, ne? Nur umgedreht. Fendt Geräteträger. Genau. GT 22. Das ist mein Werkstatt. Und ja, zudem brauche ich die Sachen, weil ich bin ja ein Schreiner. Ich bin in einem Schreinergewerbe tätig. Und du brauchst mal eine Hefe Akkuschrauber. Ja, was man hier gesehen hat, fand ich eindrucksvoll, dass er die Milwaukee-Sachen hatte. Schon seit über zehn Jahren. Und auch nach über zehn Jahren immer noch dasselbe Akkusystem am Start, weil er kann ja immer noch mit den M18-Akkus da arbeiten. Und da, glaube ich, gibt es viele, die so ein bisschen skeptisch sind. Naja, wenn ich jetzt in ein Akkusystem einsteige, was ist dann in zehn Jahren? Es gibt hier und da Änderungen. Das sieht man zum Beispiel jetzt bei Makita, die mit einem 40-Volt-System kommen, zusätzlich. Weiter geht es mit Jürgen. Hallo, liebes Bauvorum24-Team. Ich bin der Jürgen aus Nürnberg und ich zeige euch heute mal meine Top-3-Werkzeuge. Nicht erschrecken, hier ist es unaufgeräumt und auch ziemlich klein. Ich habe hier nur so 2,50 Meter mal 2 Meter Werkstatt. Da muss ich mich ein bisschen... Stanley Tisch, hat er bestimmt gekauft, nachdem er den bei uns gesehen hat, oder? Sie beschränken. Also hier liegen sie auch schon, die Top-3-Werkzeuge. Einmal der Fein-Multimaster, ein super Gerät mit diversen Klingen. Da habe ich schon von Trockenbau über Brennholzunterstand, alles Mögliche gesägt, abgelenkt und abgezogen. Und Top-2, mein Makita, 18-Volt-DDF-456-RYJ. Sehr feines Gerät, vor allem mit der Zweigang-Schaltung. Was ich daran sehr schätze, ist, wenn man wirklich so ein bisschen nur drückt, kann man sehr präzise dosieren. Das ist jetzt im zweiten Gang, aber auch sehr schnell schrauben und bohren. Da habe ich jetzt einen 1,5 Amperestunden-Akku. Das ist ganz gut, weil der nicht so schwer ist. Das ist dann nochmal ein 1,5er und der dritte ist gerade noch in der Heckenschere. Und Nummer 3, da kann ich mich nicht ganz entscheiden, ist entweder das Mora-Messer von einem großen Baumarkt. Mit dem kann man echt einiges einstellen und es kostet halt echt überhaupt nicht viel Geld. Und wenn es dann mal irgendwann kaputt ist, dann schärft man es halt nach. Und ein ganz alter Meter von meinem Opa noch, Eisentiermann in Wangen im Allgäu. Das ist keine Schleichwerbung, weil den Laden gibt es schon lange nicht mehr. Der sieht noch aus wie neu, funktioniert auch noch super, aber ist bestimmt schon 20, 30 Jahre alt. Und dann habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar, nach toller Empfehlung habe ich mir den Fatmax, die Werkbank, gekauft. Jetzt ist aber eine Frage. Und zwar, wie kann ich die Schraubzwinge dort montieren? Ich zeige euch mal, was ich meine. So, wie man hier jetzt einigermaßen sehen kann, am Rand funktioniert das Ganze leider nicht. Also da gehen die Zwingen leider nicht tief genug runter. Aber ich glaube, ich habe eine Variante gefunden, die funktioniert. So, hier haben wir jetzt die Variante, die für mich zumindest funktioniert. Jetzt ist es zwar nicht am Rand, aber wenn ich jetzt hier irgendwas zwingen möchte, dann ist das einigermaßen stabil, vor allem für meine kleine Werkstatt. Ich habe jetzt einfach die Zwingen hier an der Seite rausgenommen, da an den Schraubstock hier hin. Und einfach unten ein kleines Brettchen dazwischen gezwungen, mit eingeklemmt. Weil das Problem ist, durch die Wabenstruktur hier unten, das sieht man leider nur sehr schwierig, greifen sonst die kleinen Zwingen ins Leere. Und mit so einem Behelfsbrettchen funktioniert es. Und dann kann man auch den Stanley-Klemmstock oder Schraubstock hier mit reinpacken. Jo, das war es von mir mit meinen Top 3 Werkzeugen. Macht es gut, bleibt so, wie ihr seid. Das ist ein super Kanal. Ich freue mich jedes Mal, wenn Videos von euch rauskommen. Die schaue ich immer stundenlang. Meine Frau ist schon ganz genervt davon. Liebe Grüße aus Nürnberg, macht es gut. Ciao, ciao. Ja, Jürgen, die Frage hast du dir ja im Prinzip schon selbst beantwortet mit dem Stanley-Tisch. Ich hätte es, glaube ich, auch so gemacht. Ich hatte mir die Frage bisher noch gar nicht gestellt, denn ich glaube, dieser kleine Zwingenbock, Klemmbock, ist eigentlich auch gar nicht für diesen Tisch gedacht. Sondern es ist wirklich universell schnell dabei und günstig. Aber auch schade, dass sie das halt nicht berücksichtigt haben, weil es ist ja schon ein gutes System und auch eine gute Kombination zwischen diesem kleinen Schraubstock. Und das Problem ist halt, dass dieser Stanley-Tisch halt echt zu hoch ist an den Kanten und natürlich auch diese ganze Unterkonstruktion, also die ganze Konstruktion dieser Tischplatte. Ist natürlich halt auf Leichtbau gemacht, aber halt auch Leichtbau und natürlich Stabilität, was ich auch durchaus bewiesen habe, dass der Tisch sehr, sehr stabil ist. Und ja, es hat natürlich noch diese Möglichkeit, dass man das Tischkreuz nutzen kann. Aber da musst du dann halt sich auch wieder behelfen, weil das Problem ist, jetzt war dieser Schnitt da, aber es ist relativ viel Arbeit, weil du hast diese Schiene bei diesem Klemmbock und dann hast du Endkappen. Und diese Endkappen musst du jetzt mal abmachen, also aufschrauben, dann musst du halt diese Klemmen da rausschieben. Das hat sehr, sehr viel gefummelt. Und er hat es jetzt da einmal gemacht. Ich hatte kurz überlegt, ob man nicht zum Beispiel mit dem Multimaster hingeht und an der Seite mal so eine kleine Kerbe reinschneidet, dass die zwingend drüber passen würden. Weil es verjüngt sich ja wieder. Du müsstest ja nur an der Seite einmal, vielleicht fehlen nach 5 oder 10 Millimeter. Die Frage ist, ob das die Stabilität des ganzen Tisches beeinträchtigen würde. Ja. Aber ich sage mal, Stabilität war nicht das Thema, das haben wir euch gezeigt. Ja, viel, viel Idee, einfach so Ausklinken reinzumachen. Dann musst du ja noch gucken, ob du unten vielleicht irgendwie noch so ein Brettchen da reinmachst. Das musst du sowieso machen. Aber das Brettchen würde ich mir vielleicht sogar fix dann runterkleben oder fixieren. Einfach einkleben, genau, ja. Weil das, was er jetzt so gemacht hat, ist echt viel Fummel. Aber ich glaube, das zönt dann irgendwann auch ab, das halt irgendwie so zu machen. Aber es ist eine gute Idee, das mit den Ausklinken. Vielleicht macht er es ja. Ich freue mich immer, wenn wir euch Sachen zeigen und euch inspirieren und wir dann in euren Videos sehen, dass das den Weg in die Werkstatt gefunden hat. Feedback. Feedback halt. So, und dann haben wir noch den User Triple X. Warum Triple X? Weil keiner den Namen kennt. Vielleicht kriegen wir den ja raus. Vielleicht kriegen wir den ja raus. Aber Triple X ist ja schon mal ein cooler Spitzname. Triple X. Hallo, Bauforum24-Team. Ich sehe einen Panzer. Wo siehst du einen Panzer? Auf dem Schreibtisch. Hä, wo? Links, auf dem Schreibtisch. Ach, das ist aber geil. Komplette Tarnfarbe. So grün mit Holzfarben. Da ist auch noch grün. Da ist auch grün. Ach, guck mal. Sogar die Dreh-Mit-Dekopiersäge. Hat er da. Jo. Boah, hast du mir auch noch nicht gesehen? Nee. Also Dreh-Mit schon öfters? Gut, aber Modellbau. Offensichtlich Modellbau. Hier guckt ihr auch die Balzerholz oder was weiß ich. Und guck mal, er hat aber auch alles. Er hat Waschbenzin, Terpentin-Ersatz und Pinselreinigungen. Dann hat er hier so ein kleines Labornetzteil, könnte das sein. Alles schön aufgeräumt, ne? Ja. So was mag ich ja auch so, ne? So ein bisschen so fummeln und so. Das ist was sie gesagt. Wie ihr seht, bin ich im Modellbau unterwegs, aber nicht nur damit, sondern auch mit ein wenig Holzbau. Mein ehemaliges Lieblingsgerät war dieser Akkuschrauber von Makita, der jetzt nach 22 Jahren leider das Seitliche gesegnet hat. Die Akkus sind nicht mehr zu retten, haben aber dafür lange noch gehalten. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich war sehr zufrieden mit dem Gerät. Hab mir jetzt ein neues zugelegt, auf eure Empfehlung hin. Und zwar den GSR 12V 15 FC. Super Gerät. Kann ich alles mitmachen. Wunderbar. Hat richtig Power für seine Größe. Ist sehr handlich. Und meine Frau arbeitet auch gerne damit. Das ist jetzt so mein Lieblingsgerät. Und danach folgt dann mein alter Multitremel, der schon über 25 Jahre alt ist und im Modellbau nicht wegzudenken ist. Wie ihr sagt, das ist alles Funktionsmodellbau. Da funktioniert alles, so wie es sein soll. Hier bin ich gerade dabei, einen sowjetischen KV-1 umzubauen zu einem SU-152. Ist noch eine Menge Arbeit, aber es macht halt Spaß. So, was haben wir denn noch alles? Denn dieser kleine Kompressor, für meine Airbrush-Sachen, super Gerät, sehr leise, hat genug Druck, Wasserabscheider und macht richtig Spaß damit zu arbeiten. Ja, und wie ihr seht, ist hier noch so einiges an Werkzeug, teilweise auch Parkside, was ihr besonders mögt. Kann aber nicht meckern dafür, was ich mir das gekauft habe. Das erfüllt den Zweck. Ja, und dann haben wir noch eine Makita-Bohrmaschine. Guck mal da, Pika-3. Aber guck mal, hat er extra schön seinen feinen Koffer mit Messwerkzeugen. Alles schön sauerlich, hier Tiefenmesser. Ist auch super. Hier unter den Wolfkraft-Tisch hängt noch eine DKS-190 von Bosch. Super Gerät. Wie ihr seht, hier eine kleine Auswahl von meinen Messwerkzeugen. Ja, und das soll es eigentlich... Ach, mein drittes Werkzeug ist ja noch da. Und zwar, dieser kleine Nusskasten mit Bits. Ist ein super Teil. Weil ich habe damit schon so viel geschraubt. Die Bits halten, die stehen wunderbar. Die sind noch nicht ausgeknubbelt. Die Ratsche macht einen sehr guten Eindruck. Allgemein, das ganze Werkzeug macht einen sehr guten Eindruck. Ist aber ein Billigprodukt. Und habe ich mir mal vor ungefähr zehn Jahren mal geleistet. Und zwar beim Penny. Ich bin damit zufrieden. Und wie ihr sagt, ihr macht einen super Job. Macht weiter so. Und in diesen Zeiten bleibt auch gesund. Dann auf Wiedersehen. Ciao. Eine kleine, knummelige Werkstatt, ne? Das war ein Berliner, oder? Ich glaube schon. Berliner Schnauze. Wenn man ein Modell noch mal zeigt. Ja. Aber vor allen Dingen, weil der Funktionsmodellbau gesagt hat, ne? Also ist das dann RC-Modell? Ja, muss ja eigentlich. Ich wollte erst sagen, aber das ist natürlich sehr, sehr geckig. Ob der auch den Dieselmotor nachbaut, aber mach er ja nicht, ne? Ein kleines Dieselmotor, wenn er sagt Funktionsmodell. Ne, ist ja alles Elektro. Aber es gibt natürlich Soundgeneratoren. Also die es richtig machen, die haben ja so einen Soundgenerator. Wir haben so einen gefahren als kleiner Junge. Ja? Fand ich das ziemlich nice. Im Original? Ne, also so ein kleines Modellauto mit Sound. Und wie gesagt, ich glaube, das Werkzeug schlechthin für den Modell ist echt der Dremel. Dremel haben wir ja auch. Hier so in so einer schönen Box. Ich glaube, die gab es letztens auch beim Prime Day irgendwie. Und hier hast du alles dabei, inklusive biegsamer Welle, inklusive Halterung. Und was ich ganz gut finde, ist hier noch Zubehör. Macht einen schönen Eindruck. Und wird ehrlicherweise bei uns so gut wie gar nicht benutzt. Ich habe es eigentlich nur gekauft, damit wir es mal zeigen können. Aber ich habe mir letzte Woche nochmal was gekauft. Und zwar hier so ein Rotationswerkzeug von Ryobi. Das fand ich ganz cool, weil ich mir die Akkusachen mal so ein bisschen angeguckt habe. Und ist stationär, aber dann schon mit Akku. Und klingt recht zornig. Klassisches Dental-Labor. Genau. Das hatten wir auch, glaube ich, schon auf Insta gezeigt, dass du da... Ne, Uwe war das, ne? Uwe macht so oft Dental-Zahntechnik gerade. Relativ überschaubar vom Preis. Ich weiß gar nicht, 70 Euro, 80 Euro oder sowas. Wenn du so einen Akku schon hast, fand ich ganz cool. Also haben wir auch sonst nicht so viele. So, dann geht es direkt weiter mit dem Lukas. Der goldenen Akkuschrauber. Der hat eine goldene Bohrmaschine. Wie geil ist das denn? Junge. Sieht so ein bisschen von der Form aus wie unsere Black & Decker, die wir irgendwo haben, ne? Und Pocketboy, Silky Saw. Und einen ordentlichen Schraubschrauber. Hallo Bauform24-Team. Ich bin der Lukas und wollte euch auch mal meine drei Lieblingswerkzeuge zeigen. Angefangen hier mit diesem alten Schraubstock. Das ist ein Meier- und Weichelt-Schraubstock. Viel habe ich jetzt nicht dazu rausgefunden, aber wird um die 100 Jahre alt sein. Und nahezu alles, was ich mache in der Werkstatt, hängt mit dem hier zusammen. Als nächstes, das sind quasi zwei Werkzeuge, nehme ich zwei Sägen. Einmal die Pucksäge, weil ich hobbymäßig gern mit Stahl arbeite. Da mache ich so kleine Schlüsselanhänger draus. Und da ist die Säge wirklich top. Kommt man gut in die kleinen Ecken rein. Kann alles schön aussägen. Wie macht der alle? Mit der kleinen Pucksäge? Womit macht der denn die Feinbearbeitung? Mit der Feile, denke ich. Krass. Als zweites die Silky Pocketboy. Das ist die 170 mit grobem Sägeblatt. Super Säge, wenn man mal kurz was in Holz tränen möchte. Macht trotzdem einen sauberen Schnitt. Also, super Teil. Als drittes habe ich hier dieses kleine alte Beil. Habe ich vom Bekannten aus Ungarn geschenkt bekommen. Ich kann jetzt nicht viel darüber sagen. Kopf wiegt ungefähr 750 Gramm. Ist ziemlich scharf. Und ich arbeite zwar relativ wenig damit, aber wenn, macht es immer viel Spaß. Das Beil steht jetzt relativ, ja, stellvertretend für alle anderen Beile und Äxte, die ich habe. Kann ich mal kurz zeigen. Das sind jetzt nur ein paar. Macht der irgendwie Sicherheitsdienste oder so? Das ist so ein Zimmermannsbeil ganz links. Ja. Dann hat er in der Mitte die Doppelachse. Da links daneben ist, glaube ich, eine Fellerachse. Also, eine klassische Waldarbeiterachse. Rechts daneben die kleine ist eine Zimmermannsachse. Sie ist an diesem Loch oben in der Schneide. Wozu hat er das Loch? Für die Nägel zum rausziehen. Ah, okay. Um rechts ist, glaube ich, auch eine Zimmermannsachse. Sogar mit Klaue hinten. Du hast ja hinten, hinten ist ja immer der Nacken der Axt. Und da ist sogar noch eine Klaue drin. Vielleicht auch eine Zimmermannsachse oder eine Tischlerachse. Und auf jeden Fall auch ein paar mit einem geraden Stiel. Wo warst du eine Doppelachse? Ich glaube, das ist mehr so, also es ist kein Werkzeug im Sinne von, wie zum Beispiel eine Zimmermannsachse oder eine Tischlerachse. Das ist, glaube ich, einfach eher mehr so ein, ja, Sportgerät, möchte ich nicht sagen. Aber ich glaube, damit kannst du halt, ja, so Axtruf machst du teilweise auch mit einer Doppelachse. Boah! Ja! Ja! Die ganz linke sind, das ist ja auch interessant, weil es ist 100%ig eine Zimmermannsachse. Du hast erstmal, die Schneide ist ja relativ breit. Und auf einer Seite ist sie komplett plan. Und damit haben die dann früher aus Rundhölzern, also aus Baumstämmen, haben die da die Balken rausgeschlagen. Und die ist komplett plan. Also, dass du halt immer, deswegen ist es halt auch so breit, dass du halt immer, wenn du einmal angefangen hast, hast, wenn das zum Beispiel jetzt unsere Kante ist, dann fühlen die jetzt halt immer wieder so dran. Und so arbeiten sich dann halt den Stamm ab. Wahnsinn, ne? Das ist ja interessant. Also, dieses komplett plan ist echt cool, so Äxte. Und das ist zum Beispiel auch hier bei der Zimmermannsachse, hast du ja auch noch den Bart, nennt sich das, glaube ich, hier. Das, also bei der Zimmermannsachse rechts ist da die Schneide relativ tief gesetzt. Und du hast dann so einen Zwischendrauf zwischen Stiel und Schneide, sodass du halt wirklich die Axt perfekt zugreifen kannst, so. Und dann ist ja auch der Handrücken, ist ja immer noch geschützt, sodass du halt auch wirklich feinere Hackarbeiten auch noch machen kannst. Ein bisschen wie zum Beispiel die beiden hier und die Doppel-Axt hat ein bekannter geschweißt und ich habe den Rest gemacht. Natürlich habe ich auch diverse Elektrowerkzeuge, unter anderem diese alte Black & Decker Bohrmaschine. Ist eine Black & Decker geil, aber warum hat die dieses Gold? So, ist das nachlackiert? Das ist eine D720 mit zwei Gängen ohne Sanftanlauf, also nur zwei feststehen Drehzahlen. Funktioniert leider nicht, habe ich restauriert, aber bin noch nicht ganz dahinter, was das Problem ist, beziehungsweise konnte es noch nicht reparieren. Ja, wie gesagt, ich hätte auch Elektrowerkzeuge nennen können, aber am häufigsten sind wirklich diese Handwerkzeuge hier mit dem Schraubstock im Einsatz. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht weiter so und bis bald. Ciao. So, und weiter geht's mit Pascal. Moin, moin Leute und Servus von meiner Baustelle. Einfamilienhaus. Ich habe gerade hier meine Fassade beendet mit sibirischer Allerge. Ich bin kein Debald-Fanboy, aber es gibt einen Händler direkt um die Ecke und da habe ich gedacht, ja, warum nicht? Dann kommen wir gerade zu unserem Top 3. Allgemein Debald-Super. Da bin ich total von begeistert. Dann habe ich hier noch eine Queenworks 80 Volt Akkusäge, auch der absolute Hammer. Besonders hervorheben möchte ich einmal den Bohrhammer als Top-Werkzeug, den Debald, wie heißt die Knifte? Die DC-H133. Die geht euch alles durch. Und zum zweiten, da kommen wir auch noch gerade gleichzeitig zum Top und zu einem Flop. Das ist der Debald DC-D996. Ist der beste Schrauber aller Zeiten. Habe ungefähr 15.000 Schrauben damit gemacht. Auch 180er Kaventsmänner für Konstruktionsholz. Aber gleichzeitig das größte Minus von dem Ding. Es ist einfach unfassbar laut. Gehörschatz-Zahn. Gehörschatz, siehst du? Aber er hat den Wolfkraft-Bohrsenker drin, ne? Wollte ich gerade sagen, ja. Auch ein schönes Werkzeug. Man kann uns gar nicht erklären, warum das so laut ist. Keine Ahnung, wäre ich taub, wäre das das beste Werkzeug der Welt. Ich habe ja mal was gedreht im Bereich Elektroantriebe für Baumaschinen, so eine Serie. Und da hatten wir auch das Problem, dass wir einen Motor hatten. Und dann gab es einen bürstenlosen Motor und dann gab es einen Regler. Denn die Kommutierung des Motors ist ja bei einem bürstenlosen Motor eben auch elektronisch. Und da hatten wir auch ein Problem, dass auf einmal dieser ganze Antrieb unheimlich laut war. Weil der in so einer Eigenresonanz war. Auf jeden Fall war da die Regelung des Motors nicht hundertprozentig gut mit dem Motor abgestimmt. Und dann hast du diese Frequenzen gehabt. Und das hörte sich so an wie der D-Volt-Schrauber, so ein bisschen. Und da dachte ich, okay, vielleicht ist da das Problem, dass die Regelung des Motors da nicht richtig ist. Oder aufeinander abgestimmt. Ich meine, es funktioniert, aber du hast dann diese Frequenzen, die dann schon sehr laut und lästig sind. Weiter geht's mit Leon. Servus, ich wollte euch heute mal meine Top 3 Werkzeuge und generellen Lieblingswerkzeuge aus meiner kleinen Bastelecke hier vorstellen. Und unter den Top 3 ist auf jeden Fall dieser Dremel Gasölkolben. Ich habe einen Heißluftaufsatz drauf, benutze den eigentlich fast nur für Schrumpfschläuche, aber ist super praktisch. Kann ich weiter empfehlen. Und Parkside Dremel kommt auch so häufig zum Einsatz, einfach um irgendwelche kleinen Sachen abzuschleifen. Plastikstückchen oder so von irgendwelchen PC-Teilen, was weiß ich. Benutze ich, wie gesagt, sehr oft. Hat nicht viel Leistung, das Ding, ist aber praktisch günstig. Der Akku hebt lange und für ein paar Euro gibt es halt einen Haufen Aufsätze dazu. Also für den Preis echt top. Und was ich auch sehr gerne benutze, ist dieser wäre Ratschenschlüssel, weil man sich einfach mehrere Schraubenschlüssel spart. Und gerade so, um kleine Sachen am PC zu schrauben oder Lüfterschrauben oder sowas, ist der sehr nützlich. Gefällt mir sehr gut, will ich nicht missen. Und halt Elektroschraubendreher von Wirt. So klein Zeug, da ich viel an Elektronik-Sachen rumschraube. Und da ich im letzten Video gesehen habe, dass es Leute gibt, die sehr viel Geld für Bohrkronen ausgeben. Ich mache das meistens so, wenn ich solche alten Bohrkronen habe. Die kann man super leicht mit dem Schleifaufsatz für den Dremel einfach nachschärfen. Und dann bekommt man nochmal Nutzen aus diesen alten, billigen Dingern, wenn man ein bisschen Geld sparen will. Und sonst oft benutze ich, die kommen oft zum Einsatz, Parkside, Bits und Bohrer. Kann ich mich nicht beklagen für den normalen Haushaltsgebrauch. Absolut ausreichend. Und eigentlich eins meiner Top-Werkzeuge, obwohl ich sie nicht oft benutze oder brauche. Die alte Black & Decker-Baumaschine aus Westdeutschland. Extrem viel Power. 35er Forstner Bohrer, ein Massiveiche. Stört sie überhaupt nicht. Ja, eigentlich ein Werkzeug, was ich sehr gerne mag, aber kommt leider nicht oft zum Einsatz, da ich nicht den Nutzen dafür habe. Aber Kabel, würde ich mal sagen, ist schon mal neu gekommen. Schwarze Serie war dann schon die High-End-Variante von Black & Decker. Die normalen waren damals blau. Hatten die denn auch das orange Kabel dann gehabt, original? Die blauen hatten auf jeden Fall das orange Kabel. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die hatten ein schwarzes Kabel. Aber da müssen die Zuschauer mehr dazu sagen. Weil die orange Kabel waren ja auch schon die mit den besseren, ne? Nö. Bessere Klasse. Nö, nö. Wüsste ich jetzt nicht. Dann hast du das mal übergesagt. Okay, dann habe ich es falsch abgesprochen. Also die hatten, meine ich, ich hatte damals die Prospekte davon. Ich glaube, die hatten beworben mit 5 Meter Kabel. Ja, und es kommt jetzt der Moment, an dem will die Säge sägen. Und zwar bei euch. Denn ich habe mir überlegt, nach dem Motto, ihr kommentiert, Brockschmidt spendiert, hauen wir wieder einen raus. Und zwar, öfter gesehen jetzt wieder, eine schöne Japansäge, eine Handsäge. So was ähnliches wie die Pocketboy. Wir haben aber euch mal eine Tajima Japansäge spendiert. Und die gibt es jetzt nochmal. Und was müsst ihr machen? Ihr sollt wieder kommentieren unter dem Hashtag Werkzeug, euer Lieblingswerkzeug hier. Oder was hat euch besonders beeindruckt? Was ist euer Favorit? Einfach kommentieren unter dem Video. Und natürlich auch daran denken, wenn ihr selber ein paar Top 3 Werkzeuge habt, dann macht ein Video. Ladet es auf YouTube hoch. Schickt uns den Link dazu. Alle Details unten, E-Mail-Adresse in der Videobeschreibung. Und wie immer, wir sehen uns dann jeden Mittwoch, jeden Sonntag um 18.30 Uhr. Tschüss, macht's gut und bis dann.